Gesponsert von Spin Master Flatt, was machst du? Keine Ahnung. Vielleicht öffnest du das Portal. Gute Idee. Lass uns Flatt und Niki von der dunklen Seite rufen. Kann ich dir helfen? In Ordnung, du kannst mir helfen. Niki, schau. Flatt und Niki von der dunklen Seite. Niki, wah. Baba, 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 baba. Du bist böse. Ich bin gut. Gut, gut. Böse, böse. Lass uns einen Bakugan-Wettkampf machen. Lass uns sehen, wer cooler ist. Lass uns mit unseren Bakugans spielen. Ja. Los geht's. Wow. 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 Das ist die neue Genesis-Sammlung. Das sind vier Bakugans. Zwei Nanogans und zwei leuchtende Bakugans. Cool. Genial. Wow. Ich hab noch drei gefunden. Wir brauchen ein Team, um diese Verlierer zu schlagen. Ja. Ja. Toll. Diese Bakugans sind sehr gut. Wow. Gelator Ultra. Toll. Wow. Der ist von der Genesis-Sammlung. Toll. Hä? Hä? Es ist ein neuer leuchtender Bakugan. Der ist cool. Niki, ich möchte auch rein. Da ist einer. Der ist mein Favorit. Wow. Das sind mehr Bakugans. Warrior Whale. Cyrus Ultra. Arcleon. Jetzt werden wir auf jeden Fall diese weißen Verlierer schlagen. Los geht's. Niki, wir haben eine riesige Sammlung. Ja. Auf geht's. Niki, das ist unsere rote Seite. Ja. Niki, das ist unsere schwarze Zone. Ja. Das ist unser rotes Team. Das ist unser schwarzes Team. Oh, wow. Ah. Toll. Niki, ich geh zuerst. Herausforderung angenommen. Ha. Du wirst untergehen. Du wirst untergehen. Ich bin der Gewinner. Du wirst der Verlierer. Ich bin der Gewinner. Bist du bereit? Ich bin der Champion. Du wirst verlieren. Drei, zwei, eins. Bakugans Schlacht. Ja. Ich gewinne. Du gewinnst. Aber das nächste Mal gewinne ich. Drei, zwei, eins. Bakugans Schlacht. Nochmal. Drei, zwei, eins. Bakugans Schlacht. Ja. Wir haben nochmal gewonnen. Ich muss nicht verlieren. Ich muss nicht verlieren. Komm schon, das schaffst du. Drei, zwei, eins. Bakugans Schlacht. Beide Bakugans haben sich geöffnet. Jetzt müssen wir den Spielstand prüfen. Ja. Der hat 600 plus 150. Also bekomme ich 750. Ich hab 550. Also gewinne ich. Drei, zwei, eins. Bakugans Schlacht. Mein leuchtender Bakugan hat gewonnen. Cool. Drei, zwei, eins. Bakugans Schlacht. Ich werde gewinnen. Nein, ich werde gewinnen. Ich bin ein Champion. Du bist ein Verlierer. Ich bin der Gewinner. Wir müssen drei Bakugans mit geschlossenen Augen wählen. Wow. Ich hab einen Shiny. Toll. Hm. Ich nehm den hier. Wow. Cool. Wow. Noch ein leuchtender Bakugan. Der hier. Der ist so cool. Wow. Wow. Ich hab diesen hier. Wir nehmen leuchtende Bakugans. Dann schalten wir das Licht aus. Ich werde gewinnen. Nein, ich werde gewinnen. Wir werden sehen. Oh ja. Drei, zwei, eins. Bakugans Schlacht. Ich habe gewonnen. Drei, zwei, eins. Bakugans Schlacht. Unsere beiden haben sich geöffnet. Wir müssen die Punkte zählen. Ich hab 500. Drei, hundert. Wow. Ich hab 1.600. Ja. Drei, zwei, eins. Bakugans Schlacht. Ich hab 1.100. Ich hab 900. Yeah. Drei, zwei, eins. Bakugans Schlacht. Ich hab 1.200. Ich gewinne. Yeah. Nächstes Mal werde ich gewinnen. Juchu, Nicky. Wir haben gewonnen. Gib mir 5. Wir verlieren. Sie hatten nur Glück. Wir schlagen sie das nächste Mal. Ja. Oh. Hast du meine Jungs gesehen? Nein. Lass sie uns finden. Okay. Ah, da sind sie. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Auf geht's. Okay, Mami. Tschüss, tschüss. Tschüss, Nicky. Nicky, das war ein großartiger Kampf. Ja. Gib mir 5. Vielen Dank an Spin Master für das Sponsoring und die Unterstützung bei der Erstellung dieses Videos. Nach mir Wales. Baby O수. Tsunk. Jesus. osos. wyn